Leider wie die Forst aufs Auge sind wir auch schon wieder beim Thema des Ukraine-Krieges, denn da gibt es eine ähnliche Meldung, wie ich meine. Zuerst lesen wir im Deutschlandfunk beispielsweise, dass die EU der Ukraine 9 Milliarden Kredit ausgezahlt hat. Das Geld soll die Ukraine dabei unterstützen, Zitat, den Staat auch unter Kriegsbedingungen am Laufen zu halten. Das sagte die eine einzig wahre EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Außerdem könne damit zerstörte Infrastruktur wiederhergestellt werden. 18 Milliarden Euro. Das ist das Datenprogramm der EU für die Ukraine. Natürlich eine Summe, die die Ukraine niemals zurückzahlen kann, mit der sie auf ewig an ihre Gläubiger gefesselt ist. Das allein überrascht uns vielleicht nicht sonderlich, so etwas zu lesen. Aber ich habe auch gelesen, dass die Deutschen angeblich ganz privat und selbstständig von sich aus rund eine Milliarde, über eine Milliarde gespendet haben an die Ukraine. Das sei der, wie das deutsche Zentralinstitut für soziale Fragen schreibt. Der, die höchste jemals für einen Einzelvorgang geleistete Spendensumme in Deutschland gewesen. Von insgesamt 13 Milliarden Euro, die für gemeinnützige Zwecke gesammelt wurden. Das ist dann schon beeindruckend, wenn es so stimmt, oder? Dass die Menschen freiwillig über eine Milliarde Euro spenden an die Ukraine. Naja, die Deutschen sind eigentlich traditionell spendenfreudig. Wenn es irgendwo auf der Welt eine große Krise gibt oder Katastrophen, spenden sie eigentlich immer recht ordentlich. Also, das wundert mich jetzt nicht wirklich. Und sagen wir mal so, die Medienberichterstattung hat da wahrscheinlich auch noch ihren Teil dazu getan. Aber apropos, ich habe einen ganz interessanten Artikel auf TKP.at über einen indischen Diplomaten namens Badra Kumar gelesen. Der in Indien, also der war Botschafter unter anderem auch wohl in der Sowjetunion und in vielen Ländern, wohl ein sehr hochrangiger Diplomat, der dort eine politische Kolumne schreibt und auch gut in der indischen Politik vernetzt ist. Und er schreibt, das Problem mit dem Krieg in der Ukraine ist, dass es sich dabei um eine reine Augenwischerei gehandelt hat. Die russischen Ziele der Entmilitarisierung und Entnazifizierung der Ukraine haben einen surrealen Anstrich bekommen. Das westliche Narrativ, dass es sich um einen Krieg zwischen Russland und der Ukraine handelt, bei dem das westfälische Prinzip der nationalen Souveränität im Mittelpunkt steht, hat sich nach und nach abgenutzt und eine Lehre hinterlassen. Heute setzt sich die Erkenntnis durch, dass der Krieg in Wirklichkeit zwischen Russland und der NATO stattfindet und dass die Ukraine seit 2014 kein souveränes Land mehr ist, seit die CIA und andere westliche Agenturen, Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Schweden und so weiter, ein Marionettenregime in Kiew installiert haben. Also was ich daran so interessant finde, während uns ja eingeredet wird, die ganze Welt ist gegen Putin und auf unserer Seite und sie sanktioniert Putin. Ja, glaube ich, dass dieser Inder die, sagen wir mal, die Einstellung vieler Länder und auch Regierungen widerspiegelt, die eben nicht in dieser westlichen Propaganda so wahnsinnig verzahnt sind. Also auch da wird uns irgendetwas erzählt und im Grunde ist das eine sehr nüchterne Betrachtung des Geschehens. Und ja, also die andere Länder reagieren ja auch nicht so, wie es auch die Deutschen oder die USA gerne hätten, wenn es um die Ukraine geht. Also da sind schon, ja, das ist im Grunde eine ganz große Propagandashow, die da läuft. Ja, und daher muss ich dir ehrlich sagen, glaube ich auch nicht diese Meldung dieses sogenannten Deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen. Wenn man da mal schaut, besteht der Vorstand aus dem Bundesministerium für Familie, Senioren und Frauen, dem Senat von Berlin, dem Deutschen Industrie- und Handelskammertag und dem Deutschen Städtetag. Das ganze Ding ist also ein Politinstitut, was Staatsmeldungen herausgibt und durchstellt. Und seit ich selber erfahren habe, wie die Zahlen, beispielsweise sogenannte Inzidenzen ja in Berlin wild gefälscht und erfunden wurden, glaube ich diesen Leuten kein Wort. Ich glaube sehr wohl, dass die Deutschen viel spenden, das ist altbekannt. Ich glaube nicht, dass die Unterstützung in Deutschland für diese Ukraine-Krieg derartig groß ist. Das erlebt man mittlerweile auch im Straßenbild. Wenn du nach Berlin gehst, siehst du da neben dem ganzen anderen Zerfall auch immer wieder Graffitis versteht. Es ist nicht unser Krieg. Dauert da eine Weile, bis das jemand durchsprüht und drüber schreibt, Faschoschwein, es ist unser Krieg. Also da ist eine wilde Diskussion am Laufen. Aber ich halte das auch für Propaganda. Und ich glaube nicht, dass dieses Timing zufällig ist. Es wird vermeldet, dass die EU Milliarden unserer Steuergeldes zahlt. Jetzt ist ein Propaganda-Video aufgetaucht. Ich habe es auch geteilt im Netz. Vielleicht hast du es gesehen. Ein gut, wie ich finde, herrlich lustig gemachter Clip, wie eine Bundeswehr-Truppe in einen Privathaushalt reinmarschiert, alles mitnimmt und Heil Selenskyj brüllt mit dem Hinweis, das alles ein Teil des 22 Milliarden Hilfsprogramms für Herrn Selenskyj. Das ist nun mal so. Wir geben eine Geldmasse an die Ukraine, machen die abhängig, auch versklaven sie auf alle Zeit als Kreditsklaven und pumpen dort wesentliche Teile unserer Volkswirtschaft rein. Ich glaube persönlich nicht, dass das die Unterstützung der Mehrheit der Bevölkerung hat. Aber das ist eine Glaubensfrage. Ja, das kann ich jetzt gar nicht beurteilen. Ich auch nicht. Also würde ich mich gar nicht... Keines Glauben. Man könnte ja sagen, man könnte ja sagen, okay, unterstützt die Ukraine, alles schön und gut, aber macht unsere eigene Wirtschaft wieder heile, wie der Robert sagen würde, der Herr Haberg. Aber wir wissen ja jetzt, dass die ganze gesamte Weltwirtschaft sich erholt. Nur Deutschland nicht. Und mir ist da ganz spontan der Spruch in den Sinn gekommen, alle schauen auf das brennende Haus, nur nicht Deutschland, das schaut raus. Das ist so. Und was sagt dann Habeck im Interview? Kein Grund für German Angst. Übersetzt, werdet nicht hysterisch. Und er kann das ja auch alles erklären. Die anderen Länder waren halt nicht so von russischer Energie abhängig. Und da erwähnt er explizit Spanien. Und da ist ganz interessant, wenn man da mal noch ein bisschen nachschaut, vergisst der gute Robert da etwas ganz Entscheidendes. Laut Tagesspiegel vom Juni haben sich die Importe für russisches Gas nach Spanien sogar verdoppelt. Und das Redaktionsnetzwerk schreibt, gewöhnlich bezieht Spanien 10% seines Gases aus Russland. Im Juni waren es fast 25%. Ein Schelm, der Böses dabei denkt. Das heißt, den Spaniern geht es besser, weil sie sich das wahrscheinlich noch billiger gewordene Gas jetzt holen, dass wir ja natürlich auf keinen Fall wollen und deswegen den Absturz dieses Landes riskieren. Minus 0,3% war das, glaube ich. Russland, Wirtschaftswachstum 1,5%. Ich meine, man kann auch nicht sagen, das Ausland ist immer schuld. Ich meine, Deutschland ist das einzige G7-Land, das abschmiert. Bei allen anderen geht es aufwärts. Nur mit Deutschland nicht. Das ist schon erstaunlich. Und daran ist ganz, ganz allein diese Regierung schuld.